ja ich werde video clips zu haus mache ich weiß auch nicht wann ich die hochlade ich werde ja bei unseren slot werfen von ghostwicken bzw muss man gucken dann quasi wenn das ghostwicken wieder kommt dann nach hinten schiebt der rainbow es wird zwar nicht besonders erfolgreich weiß ich aber egal geht ja auch spaß das wollte ich eigentlich noch gesagt haben der letzten aufnahme zwischen zu dem thema ich habe nämlich tolle kommentare bekommen ja 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 warten und das für die munitionsdienste so dass also was mal der rechte kräftige kräftige die erfolge von weg den auch schweizig langweilige die nach rechts die m die man sich Nein, die frisch ich ab. Ja, das war mein Fehler. Scheiße, ich hab ihn nicht gesehen gehabt. Ich bin auszusehen bei den Gegnern gelandet eben. Junge, 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 ich bin weg tot. Ja, ich bin auszusehen bei den Gegnern. Ich bin auszusehen bei den Gegnern. Ich bin von. Ich hab ihn verstanden. Boah! Wiedereinstieg. Na dann holen wir uns wieder den Einstieg, ne? Für nix. Ja, moin. Moin, moin. So, Lea. Kack, du. Genau, geil. Sprichst aus dem Fenster raus und direkt hast du mal zwei Leute vor dir. Die kommen von rechts. Spieler überprüfen! Wiedereinstieg haben wir noch wehen! Na, ich versuche uns mal wieder zurückzukämpfen. Wir zwei nicht klappen, aber egal. Oh, andere Seite, lol. Hier ist mal im Gefick. Oh, seid ihr ja schnell hier. Magen, du bist alleine. Und bist gejagt. Wir sind die deutsche Waldstau. Wir sind die deutsche Waldstau. Ja, hilf. Zwei gegen eins, ihr Arschlöcher. Du hast Zeugel bezogen. Zurück zur Basis mit dir. Hm? 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 Was haben wir? Hm? Ich muss das Zeug mal weiter durch. Ich... Ja, ich... Ich... ...wählte aber auch durchziehen. Was? Ich glaube, der Zeug war auch durch. Obwohl... Ja, ne. Komm, einen Rund mach ich noch. Testungen lokalisiert. Die Ziele sind auf der Taktikkarte markiert. Ich weiß nicht. Aber ich hab Bock, noch auf jeden Fall heute noch ein, zwei Weekend-League-Spiel zu machen. Aber jetzt ist noch der falsche Zeitpunkt dafür. Sind die ganzen Spitze ja noch am Start. Jo, wir sind nur noch zu dritt. Willst du dann alleine weiter spielen, Markus, oder... ...machst du dann auch Feierabend? Äh... Äh... Kopfgeldziele identifiziert. Angriffs-Erlaubnis erteilt. Ja... Kopfgeldziele identifiziert. Und ja, Kästen, muss die Fahrzeug noch aufkrankt, und der Tank kann noch fertig stehen. Na geil! Komm, komm! Hm. Hm. Hm... Hm. Hm. Hm! Der Feind hat eure Spur verloren. Ihr seid in Sicherheit. Der Feind hat eure Spur verloren. Der Feind hat euch zu schnell mitbekommen. Ich hätte einfach zurückgeben sollen. Ich hätte einfach zurückgeben sollen. Nein, das klappen könnte ja auch sein können, dass der sich checkt. Ich arbeite nämlich gerade noch. Ich glaube, da bin ich jetzt mit euch rausgegangen. Scheiße, war die noch nicht fertig? Ich bin nicht gelaufen. Ich habe gerade nur gehört, dass du tot bist. Ich bin nicht gelaufen. 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 Ich bin nicht gelaufen.